Wichtiges Duell, dass die Österreicher spielen gegen die Brasilianer. Da kommt die beiden Brasilianer. Jetzt kommt da gleich ein Mammut um. Jetzt schaut ihr diesen. Ja, genau. Friesen. Huffritt. Alisson Cheruti. Kurz Alisson. Ein fleischgewordener Kleiderschrank. Ich sag's euch. Wenn sie ja vor dir steht, dann wird's dunkel. Aber sowas von dunkel. Wenn der durchzieht, dann tut das auch richtig weh. Der schmettert den Ball in den Sand wie kein anderer. Und sein Kollege Bruno Schmidt, nicht ganz so groß, nicht ganz so breit. 1,85 um ganz genau zu sein. Aber ein ganz liefter Spieler, den er als Verteidiger hinter Bruno alles das abnimmt, was Bruno vorne am Hut durchlässt.